Das Thema ist, hat Allah Adam nach seinem Bild erschaffen? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-Rasulillah, wara alihi wassahb al-ajma'in. In Sahihayn, also in Bukhari, im Muslim, wird über Liefat, dass der Prophet alaihi salatu wassalam gesagt hat, Inna Allah khalaka Adam ala suratihi. Allah hat Adam nach seinem Bild erschaffen. Dieses Demir, ha suratihi, nach seinem Bild, das kann hier rein sprachlich entweder auf Allah hindeuten, also nach dem Bild von Allah erschaffen, oder nach dem Bild von Adam erschaffen. Einige Lehrte sagen dazu, es kann nicht sein, dass hier gemeint ist, nach dem Bild von Adam, denn jeder wird nach seinem Bild erschaffen. Aber natürlich, wenn man sagt, er wurde nach dem Bild von Allah erschaffen, dann fragt man sich, was ist dann die Bedeutung dieses Hadithes? Denn Allah sagt im Koran, beispielsweise in Surah 42, Vers 11, Nichts ist ihm gleich und ist der Allhörende, der Allsehende. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah 19, Vers 65, Kennst du jemanden, der ihm gleich ist? Oder der ihm ebenbürtig ist? Und Allah sagt im Koran, Surah 112, Und nichts und niemand ist ihm ebenbürtig. Das heißt, wenn wir sagen, er hat ihn nach seinem Bild erschaffen, das hört sich für uns auf den ersten Blick seltsam an. Und wir müssen hier eine Regel verstehen. Im Allgemeinen nehmen wir alles, womit Allah subhanahu wa ta'ala sich beschreibt, nehmen wir wortwörtlich, so wie es dort steht. Es sei denn, es ist unmöglich, dass das, was dort steht, so wortwörtlich gemeint ist. Und, oder es gibt einen Beweis innerhalb dieser Aussage, das ist im Hadith selber, oder an einer anderen Stelle, dass hiermit etwas anderes gemeint ist. Beispielsweise gibt es ein Hadith, wo der Prophet, a.s.w. davon redet, dass Allah am jüngsten Tag zu seinem Diener sagt, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Da sagt natürlich jeder, wie kann das sein? Wie kann Allah krank sein? Und das ist auch das, was dann in dem Hadith gefragt wird. Und dann sagt er, wusstest du nicht, dass mein Diener, der so und so krank war, und du hast ihn nicht besucht? Hättest du ihn besucht, dann hättest du mich bei ihm gefunden. Das heißt also, im Hadith selber, in der Aussage selber wird gezeigt, dass Allah s.w.t. hier nicht wortwörtlich mit dem gemeint ist, der krank ist, sondern dass er da gewesen wäre, bei dem der krank ist. Das heißt, mit seinem Lohn, mit seinem Wissen, dass er dann einen Lohn bekommen hätte dafür. Oder, beispielsweise in Su'ud-Toha, da sagt Allah s.w.t. über Musa alaihi s.w. zum Musan Harun, habt keine Angst, ich bin mit euch. Was heißt das mit euch? Heißt das, Allah ist jetzt mit seinen Wesen, mit ihnen? Das wird dann immer im Vers selber erklärt. Esma'u wa arra, ich höre und ich sehe. Das heißt, Allah ist mit seinem Hören und mit seinem Sehen dabei. Und deswegen gehen wir jetzt zurück zu diesem Hadith. Man hört diese Aussage. So, und hier gibt es erstmal zwei Möglichkeiten. Man kann auf der einen Seite, ich rede jetzt reinsprachlich gesehen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, dass dieses Demir, dieses Pronomen, das Ha, dieses nach seinem Bild, sich auf Allah bezieht. Und einmal, dass es sich auf Adam bezieht. Diejenigen, die sagen, das bezieht sich auf Allah, sagen, dann macht es keinen Sinn. Wenn wir sagen, auf Adam, weil jeder wird nach seinem Bild erschaffen. Und sie bringen dann eine andere Überlieferung, wo Allah sagt, wo der Prophet sagt, nach dem Bild des Al-Abamas. Aber natürlich, da sagt man, was kann dann mit diesem Hadith gemeint sein? Weil es kann unmöglich sein, dass Adam das Bild vom Al-Abama hat, von Allah subhanahu wa ta'ala. Was ist also damit gemeint? Hier schauen wir dann eine andere Überlieferung. Und Sheikh al-Albani überliefert in Sil Silatay, al-Hadith Sahihah, Nummer 449, eine andere Überlieferung von diesem Hadith, wo der Prophet, a.s.w. sagt, خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى سُورَاتِهِ Also Allah hat Adam nach seinem Bild erschaffen. تُولُهُ سِتُونَ ذِرَعَنَ Seine Größe sind 60 Ellen. Das heißt, hiermit ist gemeint, dass Adam sofort nach seinem vollständigen Bild als erwachsener Mensch erschaffen wurde. Das heißt, er wurde nicht in einer Entwicklung erschaffen, das heißt, dass er erst mal ein Baby ist und dann groß und groß und groß wird, sondern er wurde sofort nach seinem Bild, seinem vollständigen Bild erschaffen, in der vollständigen Größe, 60 Ellen groß. Und Sheikh al-Albani sagt in Al-Da'ifa, das sagt er bei Hadith Nummer 1175, dass diese Überlieferung خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى سُورَاتِ رَحْمَنَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى سُورَاتِ رَحْمَنَ dass diese Überlieferung Munkah ist. Munkah, das heißt, diese Überlieferung ist eine besonders schwache Form von einem Hadith. Und deswegen, dass die deswegen abgelehnt wird. Wie gesagt, das ist eine kleine Erklärung dazu und es geht hier um diese Grundregel, die wir nochmal verstehen sollten. Denn uns wird immer wieder gesagt, ja, ihr seid gegen Ta'wil, ihr seid gegen metaphorische Interpretation, beziehungsweise sagen wir lieber, ihr seid dagegen, dass Dinge von der offensichtlich wortwörtlichen Bedeutung als etwas anderes gesehen werden. Warum sagt ihr dann hier, dass Allah nicht krank ist? Warum sagt ihr denn hier, dass Allah nicht mit seinem Wesen mit Musa und Harun ist? Ja, warum sagt ihr denn hier nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass Adam das Bild von Allah hat? Wir sagen, weil es Beweise gibt, ja, außenstehende Beweise, beziehungsweise in Hadithen selber oder anderen Überlieferungen, dass hiermit etwas anderes gemeint ist. Okay? Wie ich beispielsweise eben mit dem Krank, mit der Krankheit erklärt habe, wie ich es erklärt habe mit Sotu Taha, habt keine Angst, ich bin mit euch, was heißt mit euch, mit seinem Wesen, neben ihnen, mit ihnen, ja, lebt ihr mit ihnen, ist er mit ihnen im Zelt, ich höre und ich sehe, das ist hiermit, mit dabei sein gemeint, ja, mit krank sein, dann wäre er da gewesen, das ist die Belohnung, es geht um die Belohnung, dass Allah da gewesen wäre, bei ihm, mit seinem Wissen, mit seinem Hören, mit seinem Sehen, er hätte gesehen, dass du den Kranken besuchst, und du hättest einen Lohn erwarten können, okay, und nicht, dass Allah krank wird, weil, wenn man sagen würde, Allah wird krank, das würde einen Mangel bedeuten, eine mangelhafte Erscheinung, und hier, wie gesagt, haben wir eine andere Überlieferung, die darauf hindeutet, dass hier, weil der Hadith an sich, gibt zwei Möglichkeiten offen, eigentlich ist hier gar nicht, wortwörtlich, ja, wortwörtlich ist hier nicht zwingend notwendig, dass mit Surat, die hier gemeint ist, nach seinem Bild, das Bild von Allah gemeint ist, ja, sondern, es kann sich auf Adam beziehen, so, jetzt haben wir eine andere Überlieferung, die das klarstellt, wie ich eben schon erwähnt habe, wie Sheikh al-Albani auch in Sil Silati al-Hadith al-Suhiha, Hadith Nummer 449 erwähnt, und dann erwähnt Sheikh al-Albani, wie ich eben schon erwähnt habe, in Sil Silati al-Hadith al-Daifa, Hadith Nummer 1075, das ist die Überlieferung, Allah Surat al-Rahman daif ist, Munkar ist, besondere Form der Schwäche, Salam alayhi, a-koolu qawlihada, wa-sta'firullah liya wa lakum, wa lisa al-muslimin, subhanakaluhum abhi, hamdika, shahadu wa lla ilaha ilaha, und sta'firullahaluhu qawlihada, und sta'firullahaluhu qawlihada, lakum, und fitz-ta'firullahaluhu probleme, und sta'firullahaluhu qawlihada, und sta'firullahaluhu, mitz-ta'firullahaluhu qawlihada, fa'firullahaluhu qawlihada,